Jo, also ich bin gerade bei Robin zuhause und Jens will gerade was von Robin wissen und jetzt bin ich aber an dem PC und jetzt verarsche ich den voll. Jens, hallo, wenn du das guckst. Also er will jetzt wissen, wie man bei Vegas das Farbspektrum durchläuft. Dann ich so, das habe hier alles ich geschrieben, wo hier Robin Nostarafu steht. Und jetzt hier, frag mal Herr Rhodes, warte. Hier, frag Herr Rhodes, habe ich geschrieben. Da habe ich von Robin aus geschrieben. Nee, Film morgen. Und dann hat er geschrieben, wir gehen auf eine Schule, weil er mich ja morgen theoretisch sehen würde. So Jens, ich habe dich verarscht. Jetzt weißt du es. Robin ist nicht so dumm. Ich habe dich nur verarscht. Wir sehen uns morgen in der Schule. Und, ja. Das ist so lustig. Also, Anna und Robin. Ich frage ihn jetzt hier. Oh, gefällt dir mein Schnittstil? Oh, das finde ich aber schön. Gefallen dir meine Stunts? Oh, dem gefallen meine Stunts ist aber schön. Und jetzt rastet ihr hier bist auf und aus. Und ich verarsche den die ganze Zeit. Naja. Das geht übrigens gerade an Jens. Ich mache gerade ein Video für Jens auf Nostraffat. Film mal, film mal dich kurz. Du bist mich nur wieder schlagen gesperst. Nein. Komm, film mich mal bitte. Nein. Nee, komm. Nein. Lass uns das mal Herr Rhodes Talk mit Storytwist nennen. Nein. Nein. Nein, jetzt ist es doch kein Story. Lass den doch jetzt mal in Ruhe. Dann machst du die Kamera. Dann machst du das mal in Ruhe.